Ich vergesse immer, in Mafia ist man ziemlich schnell dauernd. Ihr habt euch mit den Falschen angelegt, Arschlöcher. Würdest du mich bitte runterholen? Danke, Victor. Du hast was gut bei uns. Hat dich Eddie geschickt? So, ich stell dich mal hier hin. So, mhm, 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 das ist klar. Wir haben wenig, wir haben vier Missionen. Und rühr dich nicht vom Fleck, bis wir dich holen. In Ordnung, aber vergiss mich nicht. Okay, Freunde. Der hat ne Waffe. Schieß! Biss scheiße, du Arsch! Was ist los mit dir? Leck mich daneben! Los, ich lass dir dein Hirn raus! Pass auf, erstmal stelle ich mir den hier in der Ecke. Hast du gesehen? So, mach mal los! Zeug, was du kannst! Nicht schlecht, Kleiner, nicht schlecht! So. Okay, Vito, kaufen wir uns den kleinen Wichser. Okay, alles klar. Ah, die hier, boah, das ist gut. Die speichern erstmal auf. Ich schlose, bis ich mit ihm fertig bin. Was ist, sind Sie erledigt? Ja, warte mal, wer als nächster dran ist. Viele Männer mit vielen Waffen sind hierher unterwegs. So. Scheiße, zu spät. Da kommen Sie! Wir bleiben diesmal ein bisschen hier. Ich geh rein, gib mir Reckung, Vito! Ich mach schon, Vito! Ich mach schon, Vito! Ich mach schon, Vito! Pass auf, ich hab noch das hier. So. Warte, du bist einfach durchs Feuer, ey! Oh, okay, na gut. Oh, die Smarteste war das ja jetzt nicht. Ich schlunde den Scheiß-Karren. Ich schlunde den Scheiß-Karren. Ich schlunde den Scheiß-Karren. Alles klar. Hat Spaß gemacht. Jetzt schnappen wir uns den kleinen Schwanz-Lutscher. Ja, klar. Ja, klar. Komm schon, lass mich rein. Leck mich! Na los, worauf wartest du? Gib dein Bestes! Na komm. Du schaffst es nicht, ja? Das tut mir aber leid. Moment. Kann man nicht vielleicht irgendwie was nehmen? Scheiße! So krieg ich die Tür nicht auf. Ja, wir brauchen etwas schweres. Ein Rambock oder so. Ich hab's. Wir nehmen die Karre. Welche Karre? Verfluchter Uhrenzungen. Ich dreh dem Scheiß-Kerl eigenhändig den Hals um. Wache! Hält sich für verdammt schlau. Hält sich für verdammt schlau? Hält sich für verdammt schlau? Na los, dann komm doch her! Scheiße! Was macht der Wichser da drüben? Scheiße! Komm her, du Wichser! Verschwinde, du Arsch! Ich sprügel dir jeden Knochen einzeln aus dem Leib, du kleiner, schwatzlutzender Hurensohn! Die Grupparbeit ist erledigt. Ich vergnüge mich noch ein bisschen mit ihm, bevor ich ihm den Rest gebe. Hast du dabei? Danke für die Einladung, aber ich verzichte. Dich ekelst vor Blut, hm? Nein, mich ekelst vor Luca. Kann ich verstehen, aber da entgeht dir was. Gibt viele hübsche Spielzeuge hier in dem Laden. Ah, warte. Eddie wollte, dass ich mich um ihn kümmere. Mach dir deswegen keine Gedanken, so wird's nur ein bisschen länger dauern. Dieser Dreckskerl hat keinen schnellen Tod verdient. Ich schätze, da hast du recht. Ich, ähm, geh mich mal waschen. Ich stink ja schlimmer als ne Jauchegrube. Sag Eddie, dass er Luca abhaken kann. Hey Beans, mach die Tür auf, es ist alles vorbei. Du, du lebst noch? Ja, was hast du erwartet? Hilfst du mir, unserem Freund Luca zu verarzten, bevor wir uns von hier verziehen? Eigentlich wäre das nicht mehr als gerecht. Kommt ein bisschen creepy rüber, der Kerl. Na gut. Übrigens, können wir wieder tun. Ich weiß es immerhin, hinterher und so, aber ich weiß nicht. Manchmal ist es zu laut, manchmal ist es zu leise. Da bin ich schon ein bisschen, übrigens, ne? Also, die Karre müssen wir mitnehmen. Weißt du was, bevor wir die Karre aber mitnehmen. Hier liegt ja natürlich noch ordentlich was. Oh mein, können wir noch, können wir noch da rein? Ah, weil die hatten noch, glaube ich, drinnen ein paar Knarren, oder? Naja gut. Egal. Also, die Karre werden wir auf jeden Fall bei uns zu Hause parken. Dann werden wir auch extra einen Umweg nehmen. Und wir werden uns umziehen. Denn... Moment. Ah, wir kommen mehr oder weniger in der Nähe unseres Hauses sowieso vorbei. Da können wir mal ganz kurz abbiegen. Wir wollen ja nicht da stinkend auftreten, ne? Oh yeah. Das ist eine Sport-Hausse. Außerdem braucht die Lukas gar nicht mehr. Okay, allein schon der Motor von dem Ding ist zu laut. Wir wollen aber nicht, dass es nicht leiser ist als der, ja ne? Als die Musik. Bei der Musik darf ja nicht zu laut sein. Oh shit. So, irgendjemand anders reinfahren. Ach, die Karre gefällt mir. Was im Spiel ein bisschen fehlt, finde ich, ist ne First Person, äh, also ne Cockpit-Kamera. Die mag ich nämlich ganz gerne. Einmal runter. Vom Gast. Das hier. Deswegen ist, wir müssen die Karre ja nicht unbedingt in der Garage lassen. Wir müssen die einmal nur da rein tun, dann wird die zu unseren Autos gespeichert. Wenn wir die dann schrotten oder so, dann taucht die immer wieder in der Garage auf. Von daher ist es ganz gut. Das heißt, hier einmal ganz kurz rein. Parken lassen. So, jetzt umziehen, ne? Wegen, ihr wisst schon. Ey, immer in der Nähe von Vidos Haus wird die Framing schlecht. Das fällt mir jetzt auf. Ich glaube, ich mache die Effekte doch ein bisschen höher. Muss dann halt eben sein. So. Ah, Moment. Ich wollte mich ja eh nur umziehen. Muss ich ja gar nicht extra dahin rennen. Freizeit einer Zug. Nein. Lederjacke, ne? Ach, wir haben nur die beiden, ne? Dann nehme ich das hier. Na komm. Moment. Bevor jemand noch irgendwie auf dumme Gedanken kommt. Es gibt auch keinen direkten Weg zur Garage, oder? Man muss extra runter gehen. Ne, zur Garage kommt man hier nicht, ne? Na gut. Oh yeah. Kann man ja mal vergleichen mit den anderen beiden. Leistung normal. 112 kW. Wofür auch immer das steht. 96 kW. 88 kW. Der ist tatsächlich... Okay. Aber man muss auch Höchstgeschwindigkeit. Also 146. 154. 168. Moment, der ist ja gar nicht mal so viel schneller. Aber ein bisschen leichter und so. Also alles in allem doch ein bisschen besser. Ach schon, wir müssen ja noch zum Hotel Sud, ne? Ja genau. Das Schöne ist, der Motor von dem Ding ist... Da waren Cops. Ach du Scheiße, hab ich gar nicht gesehen. Dass sie nicht gemeckert haben, weil ich so schnell war. Na gut, ich hinterfrag's mal nicht. Die Cops wissen's ja immer besser. Ja. Dein Freund und Helfer. Dein Freund und Helfer. Oh, nicht ausrasten. Oh, nicht ausrasten. Aber so ganz so schnell wie der Hot Road ist er natürlich nicht, ne? Ich glaub der Hot Road ist tatsächlich das schnellste Auto hier im Spiel. Das kann man tatsächlich auch nur einmal fahren. Also in der Mission von letzter Folge oder vorletzter Folge. So. Ach, der Anzug von vorhin war glaub ich ein bisschen besser als der hier, den wir jetzt tragen. Aber gut. Man kann nicht alles haben. Die Autos sind schon sehr laut. Ich glaub ich muss echt oft ein bisschen an dem Ton arbeiten. Ich komm da rein und bin der alte mit dem Arsch wie ein Brauereigau. Und sie setzt sich auf ihn drauf und er macht. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Ach du lieber Himmel. Hat da wer einen fahren lassen? Wie du? Du heilige Scheiße. Bade gefälligst das nächste Mal bevor du hier antanzt. Du wolltest, dass ich danach gleich komme. Glaubst du, ich lauf gern so rum? Okay, okay, okay. Was ist mit Luca? Erledigt. Sehr schön. Wie geht's unseren Jungs? Hast du sie gefunden? Ja. Luca hielt sie im Schlachthof gefangen. Frankie ist tot, aber Balls und Beans sind okay. Luca hatte sie gerade in der Mangel, als ich kam. Irgendwelche Zeugen? Nur ein Dutzend Leibwächter von Luca, die uns massakrieren wollten. Hey, ich hab mir vom Leib mit deinem Gestank. Es war echt heftig. Ja, klingt nach einer haarigen Geschichte. Aber hey, du hast die Sache durchgezogen und bist da rausgekommen, richtig? Gehe jetzt und wasch dich, bevor du noch allen hier den Appetit verdirbst. Und verbrenn die verfluchten Klamotten, ist ja nicht zum Aushalten. Du stinkst für euch nicht. Welche sind deine Klamotten? Ich dachte, das hab ich doch grad schon gemacht. Lassen Sie auf sich auf, Sir. Na gut. War wohl unnötig, dass ich das jetzt vorher gemacht hab. Aber okay. Dann zieh ich mich mal eben um. Das ist echt laut. Sorry. Das ist auch noch laut. Ja. Aber wobei, ich wollte ja hier ja nicht richtig einkaufen gehen, weil es ist hier ein bisschen teuer. Hallöchen. Ey, was willst du denn? Oh. Okay. Damit hab ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, dass sie jetzt bewaffnet sind, Dick. Scheiße, ey. Mann. Ich will eigentlich die Klamotten nicht kaufen, sondern klauen, weil... Ach nein. Ach, das ist doch echt behindert jetzt. Okay. Notfalls werd ich das zusammen cutten. Ja, das werd ich auf jeden Fall zusammen cutten, glaub ich. Das geht. Oder wobei, ich werde die Klamotten auf jeden Fall nicht bei, ähm... dem Klamotten-Geschäft nochmal holen, sondern eher bei einer unserer Buden. Ich glaube, das ist jetzt so, dass vielleicht das Radio ein bisschen zu laut ist. Ach, ich hasse das Spiel manchmal. Alter, da muss ich mich echt nochmal entschuldigen dafür, dass ich da gerade so viel Scheiße gebaut habe. Na gut, fahren wir erstmal direkt zu dem Hotel. Und werden dann danach uns neue Klamotten holen, aber nicht klauen, sondern naja, einfach kaufen. Oder? Oh, komm, ist jetzt auch egal. Oh. Warum ist hier alles rot? Sind das alles Gangster oder was? Was ist denn hier los? Ah, das sind alles Gangster, die mich abknallen wollen. Wow. Warte, fucking hell, wie viele sind denn hier? Leck mich am Arsch. Ey, das hört ja nicht auf. In jeder Ecke ein Gangster. Vor allem, wie schnell sich das rumspricht. Das heißt, er ist aber auch der Letzte, oder? So, leckst du mir am Arsch. Ey, jetzt trau ich einfach dreckig auf. Okay, die Cutscene ist die gleiche. Ich dachte übrigens, die Cutscene wäre anders, wenn man sich davor neue Klamotten kauft. Aber nein, die ist danach und davor genau die gleiche. Ah, wir haben 5000 bekommen dafür. Ach du Scheiße, ja okay, da können wir uns dann natürlich auch Klamotten kaufen. Scheiße, ey. Okay. Weißt du, was? Und nein. Ich will da nicht einbrechen. Ich will hier einkaufen. Das habe ich ja schon gekauft, ne? Aber wenn nicht, dann habe ich es jetzt halt eben gekauft. Ups, Moment. Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Gehen wir mal da mit. Oh, das ist aber schön. Bin ich unsichtbar, oder was? Hier bist du. Oh, vielleicht. So, gibt es eigentlich noch viel mehr Klamotten hier. Ich meine, hier ist ja noch alles voll mit den Dingern. Aber anscheinend können wir nur die hier kaufen. Gut. Ich bin ja einer, ich mag es ja nicht so zu bezahlen. So. Oh, alle haben Verfolgung von Verdächtigen aufgenommen. Oh, oh. Verstanden. Der uns einer? Kollege am Boden, schießt! Alles klar. Uff. Shit. Uff. Oh, shit. Ne, 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 ne. Ich werde hier nicht sterben. Na. Weiter gefährlich. Einsatz von Automatikwaffen genehmigt. Anzunehmen. Nichts gemacht. Und so kommt man mit Verbrechen davon. Ey, was soll das denn? Verfolgung aufgenommen. Ach komm, der hat mich doch voll gerammt. Verstanden. Verfolgung von Rasa aufgenommen. Alles klar. Alles klar. So, ich hoffe, wir werden danach nicht gewarntet. Nope, werden wir nicht. Wir haben sicher nicht mal unsere Nummernschild gemerkt. Wow. So, einmal rein, bitte. Ich bin jetzt auch wieder fein angezogen. Fein, fein, die habe ich mich gemacht. Vito, da bist du ja. Hey, Eddie. Netter Anzug. Danke. Also, worum geht's denn? Was sollen die Anzüge? Vito, Mr. Falcon nimmt uns heute Abend in die Familie auf. Dich und mich. Wir haben's geschafft. Im Ernst? Heute Abend? Ja, heute. Wahnsinn. Wieso habt ihr das nicht früher gesagt? Wie läuft das ab? Nicht so ungeduldig. Da will sich erst noch jemand kurz mit dir unterhalten. Leo, schön dich zu sehen. Was machst du hier? Hallo, Kleiner. Ich will mit dir darüber reden, was heute passiert. Komm, setz dich. Gern. Sehr gern. Und hey, danke nochmal für alles, was du für mich getan hast, damit ich früher raus konnte. Und jetzt löse ich mein zweites Versprechen ein. Zweites Versprechen? Ja. Ich sagte, ich sorge dafür, dass du möglichst schnell Familienmitglied wirst. Weißt du noch? Die Aufnahme verdanke ich dir, aber du arbeitest für Frank Vinci. Ja. Ich hätte dich gerne in unserer Familie gehabt. Aber ich weiß, dass Joe dein bester Freund ist. Ihr seid zusammen aufgewachsen, so wie Frank und ich. Und Joe hat die ganze Zeit, die du im Knast warst, für Carlo gearbeitet. Drum hab ich Carlo vorgeschlagen, dich und Joe gemeinsam aufzunehmen. Was soll ich da sagen? Danke, Leo. Du musst gar nichts sagen. Weder zu mir noch zu sonst wem. So ist es üblich in unserem Metier Vito. Ja. Na los, komm jetzt. Lassen wir sie nicht warten. Also dann. Ich geh schon mal nach oben vor. Was wollte der Alte von dir? Ach, nichts. Wir haben nur über alte Zeiten gesprochen. Als Leo die Seife hat fallen lassen? Du kannst mich mal. Okay, okay, okay. Das reicht. Dann gehen wir. Führen sich auf wie im Kindergarten. Alles klar, wartet hier. Okay, Jungs, passt auf. Einer nach dem anderen. Und wenn ihr drin seid, gibt's weitere Anweisungen. Klar? Joe, komm bitte rein. Hey. Viel Glück. Jetzt bist du dran, Vito. Meine Herren, das ist Vito Scaletta. Vito, du weißt, dass unsere Familie ein Geheimbund ist. Du wirst in eine Gesellschaft von Auserwählten aufgenommen. Eine Gesellschaft, von der der Rest der Welt nichts ahnt. Von nun an bedeutet dir unsere Familie mehr als deine leibliche. Oder Gott. Oder dein Vaterland. Befehle ich dir, deinen Bruder zu töten. Wirst du das tun. Dann zeig mir, mit welchem Finger du den Abzug ziehst. Sprich mir jetzt nach, Vito. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Wenn ich unsere Familie und ihre Geheimnisse verrate. Möge meine Seele in der Hölle brennen. Wie diese Heilige. Möge meine Seele in der Hölle brennen. Wie diese Heilige. Amico Nostro. Meine Herren, unser neuer Freund, Vito Scaletta. Es freut mich, dass sich diese beiden talentierten Männer uns angeschlossen haben. Und es freut mich, dass es im Beisein solch geschätzter Gäste geschehen ist. Insbesondere Don Frank Vinci. Warum ich mich nach über sechs Jahren Knast wieder auf sowas eingelassen habe. Naja, da wo ich aufgewachsen bin, wurden nur Männer respektiert, die sich nahmen, was sie wollten. Ihr werdet von Eddie für eure Dienste bezahlt. Frank, du hast das Wort. Egal was ihr tut, Gentleman. Finger weg von den Drogen. Keine Drogen. So läuft das bei uns. Man kann viel Geld damit machen. Und nachdem ich jahrelang für andere die Drecksarbeit erledigt hatte, war ich soweit, alles zu riskieren, um nach oben zu kommen. Danke. Hey, 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 everybody, let's have some fun. You only live it once, but when you're dead, you're done. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. Let the good times roll. Don't sit there mumbling and talking trash. If you want to have a ball, you've got to spend some cash. So let the good times roll. Let the good times roll. Don't care whether you're young or old. Let the good times roll.